Die Stadt Friedrichshafen bietet mit dem Verein Eine Welt für alle städtischen Bildungseinrichtungen kostenfrei das globale Klassenzimmer an. Das globale Klassenzimmer will die Idee einer gerechteren Welt sichtbar machen. Es veranschaulicht die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verflechtungen der globalisierten Welt und zeigt praktische Schritte für mehr Gerechtigkeit und Klimaschutz auf. Alle Inhalte der Module sind auf den Bildungsplan abgestimmt. Zudem werden Kurse mit den Schwerpunkten Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltiges Wirtschaften sowie Menschen- und Kinderrechte angeboten. Die Referentinnen und Referenten gestalten die Unterrichtseinheiten in Abstimmung mit den Lehrkräften. Sie geben Impulse für Projekte und stellen vorbereitende Übungsmaterialien bereit. Die Veranstaltungen finden meistens in der Schule statt und dauern in der Regel ein bis zwei Unterrichtsstunden. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!